Ja, guten Morgen, Polizeistreff beim lieben Gott. Ja, heute Sonntag, jetzt ist es kein Semmel. Ja, da ist die Hose in der Alpach. Ich bin im Mountainbäck da. Da seht ihr die Polizeistreffigur. Jetzt fahr mal. Jetzt muss ich aufstehen. Da schau her, das Altersheimchen, das Tante Maria daheimchen, Oberhof. Da geht einer, den muss ich kontrollieren. Der erste Mensch von heute, dass wir ein fremdes Auto von Zeppi haben. Das ist ja der Wirt, der Wirt. Das hat eine Bühne hingefahren, das ist noch alles Plastik, schau mal das an. Das ist noch alles Plastik. Vor 50 Jahren haben sie sich hier, das ist die Sitzbank und die Vögel pfeifen da hin. Und das schöne Bäckerhaus, gerade der blöde Busch steht immer da vor. Das schöne Haus wird verdorben. Ja, das ist der Neubau, der Burik und das Jugendheim da unten. Ja, das ist, da gibt es jetzt Heppi zu besuchen. Das ist die Kirche. Das ist das alte Miesner Zillihaus. Ja, schau her, der Bergweg, das ist der Kirchmasepp. Der Kirchmasepp fahren wir hin, jetzt muss ich schnell ansteigen. Das ist der Kirchmasepp, das mache ich für den Pfarrer Kitschone. Das ist ein Bischof. Da ist ein Herz, ich sehe es. Jetzt fahren wir doch wieder da über die Gemeinde. Da ist der Kirchmasepp drin, jetzt mit dem Helmut, dem Pfarrer lächelt, den habe ich jetzt drauf. Einmal aufstehen, jetzt wackelt es ein bisschen. Das ist meine Polizei. Jetzt bin ich wieder aus dem Radl. Die Schenkirche, da warst du Pfarrer bei uns. Da warst du Pfarrer bei uns. Jetzt warte ich so lange bis sieben Leute, gell. Jetzt schauen wir noch mal da hinten. Das ist das Gemeindehaus. Jetzt schauen wir noch mal da hinten. Das ist Monika. Jeder lebt Monika. Das ist der Bergweg. Da habe ich es heimgebracht. Am 27.02. Da sehe ich die schöne Bäume. Und die nicht schön. Da ist der Kindergarten drum. Sehen wir mal einen Rundblick. Da oben ist der Kindergarten. Siehst du das? Da und die schöne Bäume. Das zeigt sich alle hinten. Die Leute sind ziemlich schlecht, gell. Jetzt seid ihr hier. Schau, die schöne Bäume. Von hinten der Niederleute und der Mieser. Die Leute sind ziemlich schlecht, gell. Gehst du alle? Hört ihr, dass sie bis auf Wien gehen, ob ich? Jawohl. Schau, die Zahme da. Brutal, gell. Jetzt fahren wir mal den Kühen. Wird ziemlich schlecht, gell. Keine Polizeistreife. Keine Vorkommnisse. Nur einer Bauer war unterwegs. Der Wirt von Erlbach. Da schau her. Das geht jetzt um die Kirchermauer. Das ist mein drittes Kind zum Tenisplatz. Und das ist das neue Kruft. Oder wie man sagt. Da schaut sie aus. Aber da möchte ich nicht rein. In die Kruft. Das ist die Kirche. Und das ist die Hauptstadtvereistung auf Zeilen. Mei. Unvergessen Kaffee Isabella. Da war ich vor 45 Jahren. Das war so ein kleines Nachtlokal. Da schaut ein schönes Waldgebäude. Naturschutzdenkmal. So, jetzt fahren wir gegen die Sonne. Jetzt fahre ich schon eine Stunde. Da geht es auch vor mir so quick. Es ist die erste Straße. Rotneuer Straße. Da bin ich.